Mr. P.S., Dax ist weggelaufen. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte die Polizei anrufen, aber zuerst Sie verständigen. Nein, nein, alles gut. Er macht das manchmal. Er ist gestresst und fährt dann gerne mit dem Zug. Keine Sorge, ich weiß, wie ich ihn finde. Bitte rufen Sie an, wenn Sie etwas wissen. Wenn Sie ihn nicht finden, sollten wir die Polizei alarmieren. Das wird sich aufklären. Ehrlich. War klar, dass Jax das tut. Er ist kein Kind, der still sitzt. Er hat viel von seinem Onkel. Jetzt sucht er seine Mutter. Wo könnte er sein? Da ist er. So, aber erstmal jetzt hier skillen. Bitches. So, was haben wir denn hier? Was könnten wir denn so schönes skillen? Komm, Geldautomatboost. Warum denn nicht? Ein bisschen mehr Money ist immer gut. Zwei Skillpunkte haben wir noch übrig. Schneller Waffen wechseln. Ne, hergestelltes. Was kann man hier erst herstellen? Fokusboost. Ein Pelladier. Ne. Splitter kann das herstellen. Ja, meinetwegen. So. Supi. Dann mal weiter. Wo befindet sich denn der Ollo Mongo? Da oben irgendwann war das, oder? Alter. Am Arsch der wird. Aber da kann ich auf jeden Fall noch hier so ein Geld, hier, Verbrechen mitnehmen. Au. Oh, oh, Jackson. Ich komm dich holen. Jackson, Jackson, Jackson. Was machst du denn? Mann, oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Na? Da wären wir. Er muss ganz in der Nähe sein. Ja, aber wo genau? Das Blackout? Hacken kann ich hier? Mache ich mal. Warum denn nicht? Hacken ist immer gut. Alter. Willst du mich verarschen? Wie hat er mich denn? Egal. Scheiß war drauf, Scheiß war drauf, Scheiß war drauf. Also irgendwie, ne? Man weiß gar nicht mal, wer das ist und dann wurde man schon entdeckt. Also das ist schon echt crazy manchmal. Ich muss aber erstmal hier raus. Da ist der Ausgang. Juhu. Super. What? Das war schillig. Ja. Einfach mal um hier fahren. So. So. Alter, was er war. Aber ein richtig geiler Move auch nebenbei. So. Yeah. Okay. Läuft bei mir. Dauert aber jetzt ja ganz schön lange, bis wir da sind. Aber das Gute ist, es könnte ja immer mal passieren, dass hier auf einmal irgendwie so ein Verbrechen kommt oder dass wir irgendwie in der Nähe so einen kleinen Turm haben, den wir mitnehmen können. Das ist immer sehr, sehr geil. Deswegen mag ich auch nicht gerne jetzt gerade irgendwie schnell zu reisen. Denn da verpassen wir halt die ganzen Sachen. Wisst ihr? Alter. Zum Glück bin ich jetzt nicht geflogen. Ich hätte lieber so ein geileres Motorrad als so ein Motorboy, gell. Dauert nicht so lange. Hat nicht so wirklich viel Turbo. Naja. Ach, guck mal hier. Das ist eine Limo. Einfach mal so. Cool. Oh, den will ich haben. Den will ich haben. Der hat was drauf. Der hat was drauf. So. Das ist mein Auto. Rufst du die Cops? Oder wem auch immer du rufst? Besser für dich. So. Dann mal los. Oh yeah. Boah, das war knapp, Alter. Dit war knapp. Da hätte ich schon gedacht, der crasht mich jetzt erstmal hier wieder. Aber ne. So. Jawoll. Geile Karre. Damit kann man gut rumcruisen. Oh ja. So. Passt ich da durch? Naja. Gerade nochmal so. Irgendwie. Oh ja. Noch mehr Gas. Was haben wir hier? Verbrechen? Verbrecherkonvoi. Will ich nicht. Ei, 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 ei. So. Jawoll. Gut, gut. Läuft noch alt. Wie geschmiert. Ei. Ei, 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 ei. Boah. Ich dachte ja schon, dass ich wieder hier irgendwie, ne? Ein paar Civis mitnehme. So. Ach, guck mal hier. Hätten erstmal. Was zum Teufel macht Jackson hier? Das ist der Racine Van. Verdammt, er denkt seine Mutter ist hier. Aber es gehört alles dem Mod. Nach dem Auktionsfiasco. Werden die Jungs schön wachsam sein. Hei, ei, 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 ei. Jetzt muss ich alle Gegner killen. Okay. Auch geil. Geile Ansage. Alle Gegner töten. Nicht so von wegen, ey. Puh. Ne? Du kannst eigentlich auch einfach nur den Kollegen da rausholen. Ja, er muss alle killen. Dann packe ich schon mal gleich mal meine geile Pistole hier aus. So. Alter, das Sperrgebiet ist aber auch richtig mies hier gerade, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Wie läuft der denn? Kommt direkt in meiner Nähe. Das ist super. Und der andere Typ sieht das gerade gar nicht. So, was? Scheiße, Hund drauf. So. Ich glaube, die sieht hier gleich jemand irgendwie. Am besten wäre, dass ich mich erst mal da oben, den ganzen Typen da oben kümmer. Das wäre irgendwie schon viel besser. Hahaha. Der Typ macht mir da Sorgen. Der da ganz vorne. Was ist denn da oben los? Haltet eure Augen auf, Leute. Na, sieht da was? Ich hoffe mal nicht. Na? Na? Wie der nix merkt irgendwie. Nix haben. Du schreist nicht, Kollege. Dafür sorge ich. So, was haben wir da? Was haben wir, was haben wir, was haben wir denn da? Da läuft die ganze Zeit Patrouille. Der Kerl. Bis wie weit? Bis hierhin? Jetzt kommt er wieder zurück, oder wat? Was ist denn da oben? Der ist sekt über mir scheinbar, oder wat? Die Posi, die ich momentan habe, ist irgendwie nicht gerade so optimal, glaube ich. Da, wo ist der Typ? Ach, da. Komm schon. Jawohl. Jetzt muss ich mir den Typen da oben holen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Das ist ein Sniper, Kollege. Das will ich haben. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe das schon irgendwie. Okay. Der ist scheinbar hier, oder wat? Ja. Komm schon. Den will ich mir holen. Jawohl. Sehr schön. Super, super, super. Ist das ein Gegner da vorne? Kann ich hier irgendjemanden durchjagen, oder so? Oder kann ich springen? 行. ASP Hmm. Hä? Action Jackson am Start. RAHIH BITTSCHES. Oh ja Moin Jungs Na, was ist da bei euch? Oh yeah Das musste sein Kommt geil Das kommt eher weniger geil Kommt die Sola, Sola? Wie schaut's aus? Das frage ich mich jetzt grad Ja Einfach mal irgendwas neutralisiert Irgendwas gemacht und fertig Ist die Sache Sehr schön Okay, gut Hoho Mein dick ist im Geh hier Fuck, ey, den Kühlschirr hat mich Ui, der Junge Da siehst du Alter Typ, ne? Bin schon wieder ordentlich auf die... Ah ja Der ist down, super Sehr schön Schießt Was ist denn da? Geil Hast du? War auch schon vorne Eigentlich wollte ich den jetzt gerade irgendwie im Nahkampf ausschalten, aber irgendwie bin der gerade jetzt nicht so wirklich, wie ich das wollte Auch toll So Der letzte Super Ja, sehr gut So, jetzt ab nach oben Ah, da rein Und jetzt da hin Ich bring dich in Sicherheit Komm mit Jax Komm schon Wir gehen Jax Gesichtsausdruck Was habe ich getan? Ich habe sie alle getötet Was habe ich mir nur gedacht? So bin ich doch gar nicht Oder? Oder? Es gibt viel, das ich dir gerne erklären würde Es tut mir alles so leid Jax Es ist nicht einfach Hör mir zu Wenn ich es mit denen Bösen Männern aufnehme Musst du in Sicherheit sein Das wird mir Kraft geben Das wird mir Kraft geben Ich warne sie Ich warne sie Wenn ich nicht bald von seiner Mutter höre Rufe ich die Polizei Rufe ich die Polizei Ich musste für deine Aktion bei den Bricks danken Irak konnte es nicht glauben Aber er hat es geglaubt, oder? Ja, ja, hat er Voll stolz und so Ich darf ihn auf keinen Fall wieder sauer machen, Mann Verstehst du? Da ist eine Bar bei Rossi Fremont Ich lasse etwas im Müll davor liegen Deine Kabel Hol sie dir Hör mal Du hast ihn erschreckt bei der Auktion Jetzt kommt niemand mehr ohne Erlaubnis In die oberen Etagen Mich eingeschlossen Wir sind diskret Ach komm, Mann Fuck